Zunächst muss ich mir leider die Bemerkung erlauben, dass diese Ihre eben gezeigte, von mir verfolgte Sendung tendenziös ist. Diese Sendung entspricht nicht den Geboten der Loyalität, der Objektivität und der Neutralität. Jetzt darf ich Ihnen einmal sagen, was Sie mir telegrafisch oder fernschriftlich an Themen genannt haben. Da haben Sie genau was anderes genannt. Hätten Sie mir das mitgeteilt, ich kann hier dem Publikum verlesen, ich habe es hier dabei, was Sie mir geschrieben haben. Und gerade das beweist doch, dass Sie die Absicht haben, hier eine Show zu veranstalten, um damit einen, der Ihre geliebte SPD verlassen hat, um den damit vor der Öffentlichkeit lächerlich zu machen. Und da können Sie mich nicht dafür entspannen. Sie sehen sich wohl der Schwäche, um kein anderes Wort zu gebrauchen, diese Frage, selbst hoffentlich bewusst. Weil ich nicht von heute bin und auch nicht von gestern. Weil ich lang genug, lang genug Erfahrungen mit einer bestimmten Safte von Interviews und Fragen, ich habe mich ja gefreut darauf heute. Ich bin Ihnen hier gegenüber zu sehen.